So, hallo und alles, willkommen zurück. Nein, mach jetzt, du armen Leuchter. Skillpunkte. Noch ein nechster Übrich, zack, zack, so, alles selbe Zimmer, 14, wir haben noch die Apotheke schon vorher hier schalten, oder? Die haben wir, Schnauze mit Maik, wenn wir hier auf dem Sack, können wir jetzt irgendwas bestellen. 200 Gramm hat noch. Moment, haben wir die ja nicht schon bezahlt? Ne, dann machen wir das jetzt mal. 1.600, wunderschön. 1.200, wunderschön. 1.200, wunderschön. 2.200, wunderschön. Loser hat ja noch mal, schnau dir. 2.200, wunderschön. 0.200, wunderschön. 1.200, wunderschön. 0.200, wunderschön. Achso, checkt das Angebot deiner Apotheker aus. Dann gehen wir mal rüber und checken das Angebot mal aus. Danke, wenn nix, haben wir das schon? Los, haben wir schon. So. So. Tagchen. Ich zeig mir Laborequipment, das brauch ich. Viermal. Ein großer Labordruckner. Genau. Ja. Nein. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Du gehst da reinzahlen oder? War das schon vorbei? Okay. Okay So, haben wir schon mal ein bisschen was drauf, haben wir bei der Hüse Linie Ne, da riech ich woanders lang, Junge Yo, ich bin froh, dass das Geschäft ist, aber du musst dich auf den Cashflow halten Ich habe ein Hint von meinem Informant, dass ein nosey b***h in der Bank was sniffing auf deine Account Hey, komm über hier, pal Don't move, oder wir tazen dir, buddy Komm an Okay, auf du geh So, wir räumen das hier mal ein Zack 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 Und dann Und ich pack mal zack zu holen So Danke Laptop brauchen wir auch noch hier Die werden wir uns gleich holen Wir haben ja jetzt drauf Da 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 Dich Und dann Dich Wusen Dich Ich zeig mal den Stoff. Hopp. Hopp. Und hopp. 1700 und zack. Kann man ja schon mal hinstellen. Naga in den Docks. So, ich habe mir mein Geld eingesammelt. Dann haben wir es auch rausgegeben. So muss das sein. So, dann gucken wir mal. Das räumen wir nachher ein. Wir gucken jetzt erstmal. Wer uns jetzt hier Nachrichten schickt. Dann können wir auch nicht mehr gleich rüber wandern. So, was haben wir denn hier? Aha. Der Eno will ja noch. Dings Geld lieber rum. Moster 24. Kramp noch. Ich mach mal noch vorher. Und ein 7. Da ist nicht mehr viel zum rüberschleppen. oh. Ach so. Und 4. Wo stehst du du warmd? Guck mal gleich mal, weil wir die Schweigertämmen... Och mon, alter. Ja, ernsthaft. Du willst schon, dass die Bullen dazwischen sind, ja? Bullappen. Und ich die nicht höre. Okay. Dann laufen sie. Oh. Oh, dann raus. Ja. Ganz großartig, ob ich hier hinterkomme. Danke. So. Warte mal. Nehmen wir jetzt das Kanzlerzeug mit. Die ersten Bullen. Ja, du. Schneller. Danke. Weine Güte, Alter. Schlimm. So, die anderen wollen ja Geld. Mir geben. Ich habe Schwimmerflaschen. Okay. Die können draußen stehen. Fix das Geld gleich. Sammeln wir gleich auf dem Weg mit ein. Drogen holen wir gleich rüber. Wo steht ihr? Meine Güte, Junge. Steht doch nicht am Arsch der Welt, Mann. Mein Kind, ich brauche da. Danke. So. Was denn jetzt? Wieso sein Geld? Das ist mein Geld. Aber. Bist. Die können noch rennen hier, so. Irgendwas. Achso. Laptop. Danke. Haben wir uns doch. Okay. So you invest in the laundering business. Ja, ja. Und wir haben hier einfach Steck. Können wir gleich mal. Schönen drauf machen. Ich hole mit. Was bin da? Was im Ort? Ich bin meine 14,28. Können wir nochmal 200 bestellen? Die müssten eigentlich noch ankommen, oder? Bestellung. Wie lange dauert das? Ich habe schon 55 Minuten. Ja, nicht mehr die Somme. 12. 1. 2. Und 4. Aber wir gehen erstmal speichern. Wenn wir dann schön abgegeben haben, gehen wir dann auch speichern nochmal. Ja, 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 ja. Können wir mal hier durchgucken. Halt! So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Kommt irgendwas am Bund? Zellmäßig? Nein. Also, okay. Keep knocking till they answer. Just look around for police. So. 2796 in Bargeld und Wertsachen zur Wäsche gelagert. Sehr schön. Und jetzt haben wir natürlich... Ja, mal jetzt. Locking zum Bankkonto. Jetzt haben wir nämlich hier. Kleine Bau. Dein erstes legales Geschäft ist ermöglicht das Waschen von kleinen Bargeldbeträgen. Dabei handelt es sich um eine ziemlich herunterkommende alte Bar in der Stadt, die du durch deine Investitionen wieder betriebsbereit gemacht hast. Es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit, so in etwa. Tja, ähm, muss mal gucken. Da ist ja eine Strande. Da ist ja nichts in der Stadt, aber das machen wir beim nächsten Mal. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Haut rein. Und Tschüss. 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 Vielen Dank.